Wake News Radio. Für alle, die aufwachen wollen, ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der Luft und Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt. Jeden Dienstag kommt Donnerstag von 16 bis 18 Uhr zur europäische Zeit hereinhören. Untertitelung. BR 2018 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 Viele regen sich ja auf, dass ich so spreche, wie ich spreche. Hey, konstituierender. Okay. Ander wiederum können sich das gut anhören. Aber so ist das halt. Man polarisiert. Sozusagen. Klasse. Thema der heutigen Sendung ist die NBO. Nur heiße Luft einer Hologrammatrix. Und darüber werden wir heute auch im Laufe der Sendung diskutieren. Aber bevor ich das tue. Aber bevor ich das tue. Immer erstmal einen herzlichen Dank an unsere tollen Künstler. Die uns ihre Musik zur Verfügung stellen. Damit wir sie hier bei uns spielen. Und dadurch natürlich die Künstler und ihre Musik auch vorstellen können. Und da hörten wir Kinetic Jane. Learn to give people pleasure. Das übersetze ich lieber nicht. Okay. Und klasse Song. Und hab ich auch übrigens für das Ankündigungsvideo von der heutigen Sendung benutzt. Zumindest auszugsweise. Okay. Und wir hören auch noch mehr heute im Laufe des Tages. Wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich Premieren im Internet. Radio. Wie immer gerne. Oder? Ja. Ja. Und ihr könnt hier herzlich mitmachen. Und zwar dadurch, dass ihr mir beispielsweise Infos, Fragen, Kommentare zusendet unter meiner E-Mail-Adresse radio at wakenews.net. Das haben wir schon viele gemacht. Und da kommen wir auch gleich mit Infos raus. Ja. Im Laufe der Sendung. Ja. Und dann könnt ihr natürlich auch die Chaträume nutzen, die ich da habe bei mir. Beispielsweise hier auf wakenews.net. Wakenews Radio. Und da steht hier Doppelherz Woll von jemandem. Guten Tag, meine liebste Bande der Welt. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich wünsche euch einen trashingen Detlef Nachmittag. Hey, hey, hey. Ihr sollt zuhören und hier nicht trashen. Okay. Ihr seht, hier wird munter. Hier schon ordentlich hier reingepostet. Aber das geht manchmal ein bisschen schnell. Und da komme ich da nicht so schnell hinterher, wenn ich da irgendwas vorlesen muss. Deshalb so, wenn es ein bisschen für die Sendung gedacht ist, bitte mir per E-Mail zu senden. Ja. Ja. Und dann auch hier. Da kriege ich auch manchmal so alle möglichen Vorschläge. Hey, Mensch, warum machst du nicht das? Warum machst du nicht jenes und dies und jenes und bla? Ja. Und okay, Leute, ich würde hier alles gerne toll machen. Ich hätte auch gerne ein Fernsehstudio mit fünf Kameras, mit allem drum und dran Schnick und Schnack. Ja. Und kein Thema, aber... Sorry, aber wer kann das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Oder so ähnlich. Ich bin nicht so ein guter Sänger. Okay. Ihr wisst Bescheid. Also man kann auch viel machen. Logisch. Man kann es verbessern. Aber ich muss ja mit Bordmitteln hier zurechtkommen und diejenigen, die das erste Mal bei mir einschalten und sehen hier, Mensch, was ist denn da? Hat der aber lange nicht mehr abgedatet hier, du? Bei mir auf der Seite wakness.net? Hä? Das ist doch hier, Mensch, das ist doch... Ja, ist einfach stehen geblieben, die Seite. Nämlich an dem Moment, wo ich das das letzte Mal irgendwie bearbeitet habe, nämlich am 21. Mai 2012. 2012. Ja. Solange habe ich die Seite, meine Hauptseite, nicht updaten können, weil man mir ja hier mittels einem Polizei, einer kleinen Polizeigruppierung, die zu mir kam, mich besuchen. Um, was weiß ich, frühmorgens. War nicht ganz so vorne. Ich habe mir alles weggenommen und seit der Zeit hier muss ich mich irgendwie mit anderen Mitteln vorwärts bewegen. Und das geht auch. Wir sind trotzdem voll irgendwie tätig. Und dazu, bevor wir also in das heutige Thema einsteigen, die NWO, nur heiße Luft einer Hologrammatrix. Da geht es um ganz interessante Informationen, die ich da mit euch diskutieren möchte. Und da habe ich natürlich noch so einiges hier in peto. Ja, ich hatte so einige Artikel in den letzten Tagen veröffentlicht, die auch wichtig sind und die möchte ich gerne auch nochmal vorziehen. Ja, und zwar haben wir da eins. Das war nämlich etwas, was mir auch zugespielt wurde von Leuten, die sich also dort in dieser Szene befunden haben. Nämlich aus Nordrhein-Westfalen in der Bundesrepublik Deutschland. Da ging es um Gewalt. Und zwar BRD, Staatsschutz, Polizei, Hetzenhund auf Opfer, das schwer verletzt wurde. Und ich verlese das hier. Ich habe das veröffentlicht bei mywakenews.webpress.com und natürlich auch bei VUG wakenews.webpress.com. Das ist die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten. Weil unabhängig davon, egal was dahinter steckt, es kann nicht angehen, dass man hier mittels der staatlichen Gewalt, in Anführungszeichen, das ist ja ein Monopol, was sich die Regierungen haben, ja, selber gegeben haben, sozusagen, nicht richtig umgeht. Dann ist das ein Missbrauch und, ja, zählt auch zu Menschenrechtsverletzungen, ja. Und das kann ich angehen und das will ich kurz verlesen. Das hatte ich jetzt veröffentlicht bei mir. Am 28. Oktober zunehmend werden Menschen anders denkende Gruppierungen von Menschen in der BRD durch Polizei und Sicherheitskräfte der BRD, ist ja eine Nicht-Regierungsorganisation, verfolgt, bedroht und wie in diesem krassen Beispiel sogar schwer verletzt. Sogar Amnesty International schaltet sich jetzt ein. Wenn da überall in Europa die Polizei und Sicherheitskräfte der Regierungen, die sich das Gewaltmonopol ausbeedungen haben, außer Rand und Band geraten sind und mit unverhältnismäßigen Mitteln gegen unbewaffnete und zumeist friedliche Einwohner vorgehen, die von ihrem verfassungsmäßigen, in der BRD grundgesetzmäßigen, Demonstrationsrecht Gebrauch machen. Und da habe ich dann natürlich auch eine Abbildung des verletzten Opfers dort aufgezeigt. Dem wurde fast der ganze Arm abgerissen von einem Polizeihund. Ja, und dieser, dieses Opfer hat, ja, schwer darunter zu leiden. Und so heißt es in dem Artikel weiter, so wurde uns der folgende Bericht über schwere Körperverletzungen durch Polizei und Sicherheitskräfte in Löhne, Nordrhein-Westfalen, von Augenzeugen und Betroffenen zugeleitet. Anmerkungen im Namen der beteiligten Opfer werden aus Datenschutzgründen abgekürzt. Die Erstveröffentlichung kam bei Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten. Ja, und da heißt es Hausdurchsuchung und Polizeigewalt beim Bürgerbüro Löhne von der JOH-nrw.net. Da gibt es die Leser-Zuschrift, Menschenrecht bricht Staatsrecht, so heißt es, sagte einst ein berühmter Österreicher, von dem die heutigen Umerziehungspäpste behaupten, er sei sehr böse gewesen. EU- und BRD-Politiker halten eher nichts davon, dass das Menschenrecht mehr gelten soll als der Staat. In Klammern nur von China verlangt man das. Betrachtet man doch argwöhnisch und zähneknirschend jede Volksabstimmung zu EU-Fragen und wehe, das Ergebnis ist nicht so wie gewünscht. In der BRD gab es sogar mal eine Volksabstimmung zum Rauchverbot, zu wichtigen Fragen aber nicht, weil wir dafür zu blöd sind. So die Politiker, das bedeutet das, was sie sagen, jedenfalls auf Deutsch, heißt es hier in dem Artikel. Also dürfte klar sein, dass die Eurokraten das Zitat nicht doof finden, weil der Österreicher das gesagt hat. Am Donnerstag, den 27. September, fanden in den Räumen des Bürgerbüros Löhne der Justizopferhilfe NRW Durchsuchungen und Beschlagnahmen durch die Polizeistaat. Beschlagnahmt wurden nach Angaben vom Bürgerbüro Mitarbeiter nicht nur die Computer, sondern auch das Faxgerät, das Modem, in Klammern auch der Router und das Telefon. Außerdem sollen 2.500 Euro Bargeld beschlagnahmt worden sein, die auf der Beschlagnahmeliste aber nicht aufgeführt sind. Heu, heu, heu. Okay, es geht weiter. Wer sich diese umfangreiche Beschlagnahmeaktion vor Augen führt, ohne zunächst die Begründung zu kennen, der Folge hat, dass man dafür schon einen ganz guten Grund haben müsste. Umso interessanter ist daher eben diese Begründung, in Anführungszeichen. M.S., das ist der abgeführtste Name, der laut Staatsanwaltschaft Vorstandsmitglied der Justizopferhilfe sein soll, soll im Internet einen Richter und eine Justizangestellte unter anderem als Hochverräter bezeichnet und somit beleidigt haben. In Klammern gilt das nicht heutzutage als Auszeichnung. Okay, mit der Durchsuchung hoffte man, Beweise für die Urheberschaft der Beleidigung durch M.S. zu finden, was allerdings bei einem Computer, den viele verschiedene Personen benutzen, personenbezogen praktisch unmöglich ist. Es sei denn, man klagt alle Mitarbeiter wegen Beleidigung an, was rechtlich schwierig ist. Das lässt wiederum den Verdacht aufkommen, dass es primär nicht um die vermeintliche Beleidigung geht, sondern um Behinderung der Arbeit der Menschenrechtler. Um eine Beleidigung durch eine bestimmte Person zu ermitteln, wurden also auch Telefon, Faxgerät, Modem und Geld mitgenommen. Hatte M.S. etwa seine Beschimpfung auch in die Telefonanrufliste gespeichert oder im Faxgerät oder im Modem versteckt? Oder hatte er sie gar mit Geheimtinte auf 10 Euro Scheine geschrieben? Wir wissen es nicht, die Polizei weiß sicher mehr. Am folgenden Tag, den 28. September, sollte eine Demonstration gegen das Bürgerbüro stattfinden, die allerdings zumindest zwei Personen der JOH, so ist die Abkürzung, nicht mehr miterlebt. Dazu A.T. Ich wollte mit einem mir bekannten Staatsschutzbeamten sprechen, der in Begleitung anderer Polizisten war und bewegte mich auf diesen Zug. Die Beamten sprühten mir ohne Vorwarnung Pfefferspray ins Gesicht, was höllisch brannte. Ich sah nichts mehr, tastete mich ins Gebäude zurück, um mir die Augen auszuwaschen, was aber nicht gelang. Ich taumelte wieder hinaus und wurde sogleich von mehreren Leuten zu Boden geworfen. Damit nicht genug wurde ein Polizeihund auf mich gehetzt, der meinen Arm übel zurichtete und sich darin verbiss. Außer Gefecht schrie ich, man solle den Hund zurückrufen. Aber ein Polizist rief oben dreimal noch, Fass, Fass! J.N. so heißt es weiter, in Klammern, der selbst dazu noch nichts sagen konnte, weil er sich wahrscheinlich noch in Haft befindet. Ich habe irgendwie gelesen, der soll inzwischen wieder frei sein, weiß ich aber nicht 100 Prozent. Meine Anmerkung. Soll sich ergeblich bei der Festnahme die Hand in der Tür geklemmt haben. Zeugen haben aber mir gegenüber gesagt, dass ihm vorsätzlich vom Polizisten die Finger gebrochen wurden. Ich habe ihn schreien hören und seine Knochen knacken und da war keine Autotür im Spiel. Die Übergriffe wurden von Anwesenden gefilmt und fotografiert. Diesen wurden aber allesamt die Speichermedien von der Polizei abgenommen. Der behandelnde Arzt im Krankenhaus sagte mir ein Biss mehr von dem Hund und sie hätten den Arm amputieren müssen. Der Staatsschutz besuchte mich noch im Krankenhaus. Ein frisch operierter Zimmernachbar wurde hinausgeschickt. Als Begründung für die Übergriffe wurde behauptet, ich hätte Gefangene befreien wollen und außerdem Schusswaffengebrauch angedroht. Der Besitzer des Hauses, in dem sich das Bürgerbüro befindet, R.W. Der verantwortliche Staatsschutzbeamte drohte mir, dass ich der Nächste bin, der verhaftet wird. Da gibt es einen Link zu einer Veröffentlichung in der regionalen Matrix-Presse. Und es geht da weiter. Man mag von der Arbeit der JOH-Bürgerrechtler halten, was man will. Das sei jedem selbst überlassen. In Klammern sie ja auch diesbezügliche Kritik im WB-Artikel. Das ist das Westfalenblatt. Aber was sich hier abgespielt hat, geht über die Grenzen der Verhältnismäßigkeit weit hinaus. Wenn derartiges Vorgehen bei Polizeieinsätzen gegen Andersdenkende Alltag wird, dann gute Nacht. Wenn dumme Sprüche am Abgehörten-Telefon als Rechtfertigung für brutale Polizeigewalt gegen Andersdenkende herhalten müssen, ist es weit gekommen in diesem Land. Man sollte sich überlegen, ob man in der Wut sagt, dass in den Bundestag mal eine mhm fliegen müsste. Ihr könnt das dann nachlesen. Sonst sagen die auch, jo, dann sind sie wieder bei mir vor der Tür. Okay, schönen Gruß von der DDR. Warum werden Speichermedien beschlagnahmt? Bildmaterial könnte Klärung bringen, wie eine schwere Körperverletzung bei einer Kundgebung zustande kam. Sollen Beweise verschwinden? Das wäre dann Unterschlagung von Beweismitteln und gegebenenfalls Strafverhältnismäßigkeit im Amt nach § 256a StGB. BAD, ne? Okay, immer öfter werden Speicherkarten von Veranstaltungsteilnehmern durch Polizisten beschlagnahmt, auf denen sich vorwiegend persönliche Daten und Bilder befinden, um Kontakte aufzuspüren und eventuell Belastendes zu finden. Wie bleibt da die viel zitierte Menschenwürde? Das ist eine schwere Verletzung der Privatsphäre und Diebstahl nach § 242 StGB. Okay, es hört sich spektakulär an, dass Datenträger und Unterlagen der Justizopferhilfe beschlagnahmt wurden und wie die polizeilichen Ermittlungen und gerechtlichen Verfahren ausgingen, beziehungsweise ob die Angeklagten etwaig für unschuldig befunden wurden, geht in keinster Weise aus dem Polizeibericht hervor. Innerhalb des Polizeiberichts findet jedoch bereits eine Vorverurteilung durch die Polizei statt. Hier heißt es, im konkreten Fall wurde ein Amtsträger rechtserheblich in der Öffentlichkeit beleidigt. Die Polizei hat jedoch nicht darüber zu befinden, ob und oder ob nicht es eine Beleidigung war und wenn sie es dennoch tut, ist es ihrerseits Rufmord. Die Polizei darf lediglich Tatvorwürfe, Anklagepunkte wiedergeben. Sie spielt sich jedoch, wenn man es genau betrachtet, mit dem Vorabbefund als richterliche Gewalt auf, unterläuft hiermit die Gewaltenteilung und betreibt ihrerseits Volkshetze. Die Polizei sollte sich ihre Presseberichterstatter wohl besser auswählen oder ist diese Volkshetze seitens der Polizei gar beabsichtigt? So geht es da weiter in der gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Herford. Durchsuchung bei der Justizopferhilfe, da ist der Link dazu auf dem Presseportal, wird davon berichtet, dass der beschuldigte Personen des öffentlichen Lebens beleidigt und diffamiert haben soll und dass deswegen die Räume der Justizopferhilfe durchsucht wurden. Wie es aussieht, ist es in vorliegendem Fall sogar der einzige Anklagepunkt. Es ist jedoch oft genug nur subjektive Empfindung, dass eine Beleidigung stattgefunden haben soll. Man fühlt sich beleidigt. Die Wahrheit auszusprechen, müsste erlaubt sein und dürfte nicht als Beleidigung aufgefasst werden. Und Klammern, die katholische Kirche durfte beispielsweise schließlich ungestraft in der Öffentlichkeit als Kinderschänder-Sekte bezeichnet werden. Und wenn man betrachtet, wie das Bundestagsparlament mittlerweile schon permanent Gesetzesbeschlüsse fasst, die schließlich vom Bundesverfassungsgericht als ungesetzlich beurteilt werden, dann sollte man zumindest Verständnis dafür aufbringen, dass sich Menschen zusammenfinden, die solch ein System verurteilen und sich ein eigenes System schaffen, das sie nach ihren Wertvorstellungen gestalten. Es gibt das Bündnis gegen die Justizopferhilfe und der Rat der Stadt Löhne spricht sich gegen das Büro der Justizopferhilfe aus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass von dort aus an die Polizei herangetreten wurde, ob sie nicht irgendwelche Handhabe gegen die Justizopferhilfe hätte. Hier ein Beispiel dafür, wie schnell es von der Beschlagnahme eines Computers auch kommen kann. Einem Bekannten von mir sind seitens der Polizei Computer und Drucker weggenommen worden, als er im familiengerichtlichen Verfahren einen Richter beleidigt hatte, nachdem dieser ihm die Kontakte zu seinem Kind verwehrt hatte. Obwohl er stets ein liebender fürsorglicher Vater war. Er scheint, es scheint. Er war der Mutter unbequem. Das Jugendamt folgte den Wünschen der Mutter. Begründung hierfür war sinngemäß, dass dies die Tatwerkzeuge seien, mit denen die Tat verübt wurde und man den Täter so von neuen, gleichgelagerten Taten abhalten wolle. Ja, da gibt es ein paar Links auch noch im Artikel zu finden bei mywakenews.wordpress.com und bei vugwakenews.wordpress.com, wer sich dann mehr da hineinlesen möchte. Da gibt es übrigens auch einen Leitfaden zur Überwachung von Bürgern seitens der Staatsanwaltschaft München. Als PDF zum Runterladen und Anschauen. Auch der Artikel von Amnesty International, der Polizeibrutalitäten in Europa rügt, ist dort zu finden und so weiter. Ja, Leutchen, es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. Natürlich kann man nicht jeden Fall hier im Einzelnen behandeln und ins Radio bringen, aber es ist ein Exemplar eben von doch klarer Vergewaltigung von unseren Rechten und Anwendung von Gewalt, die eigentlich monopolisiert wurde, damit Gerechtigkeit herrscht, die aber missbraucht wird, so scheint es. Und das kann nicht angehen. Ja, deswegen also habe ich das hier auch so intensiv vorgelesen. Ja, also ich danke euch, dass ihr so gedauldig hier zuhört, aber ich denke, das ist wichtig, dass wir uns auch befreien, denn das ist ja nicht eine Sache hier der BRD allein, sondern wir haben es ja gehört, Amnesty International hat insgesamt in Europa den Einsatz von Gewalt gegen Demonstranten, friedliche Demonstranten. Die meisten sind ja friedlich gerügt. Und wenn man sich die Videos anschaut, die man ja zum Beispiel bei YouTube sehen kann oder auch teilweise in irgendwelchen anderen Berichten, dann wird da einfach auf irgendwelche friedlichen Leute draufgehauen wie nix. Ja, auch Kinder und auf Frauen teilweise ganz, ja, da weiß man gar nicht, wie man auf eine Idee kommt, so einen Menschen überhaupt zu schlagen, der einem doch körperlich auch vollkommen unterlegen ist und es gar keine Notsituation gibt, wo man sich verteidigen muss. Also da wird also Macht bis Brauch, Gewalt ausgeübt seitens von Machtmonopolen, denen wir dieses Monopol gestattet haben als Chef, wogegen wir uns kritisch wehren müssen, ja, friedlich und rechtlich einwandfrei und das nicht zulassen dürfen. Deswegen dieser intensive Bericht darüber. Ja, also klasse, dass ihr hier zuhört und dass ihr mitmacht, denn das ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge hier weiter tragen, davon berichten. Ich lade ja dann auch später, wenn alles so klappt, also bei YouTube gibt es im Moment massive Probleme, die also da diese Videos hochzuladen und auch ganz merkwürdig, das muss ich auch mal sagen, sind, ich verliere ständig also Abonnenten, ja, hunderte von Abonnenten habe ich schon wieder verloren, weil ich gar nicht verstehe, warum. Also da gibt es auch eine ganze Menge anderer Videos, die dasselbe sagen, dass ihnen also teilweise auch tausende, es gibt ja Kanäle, die haben viel mehr Abonnenten als ich, die also tausende von Abonnenten von YouTube einfach weggestrichen bekommen und die gar nicht wissen, warum. Also da passieren merkwürdige Geschichtchen und wir müssen da immer auch wachsam sein und dürfen uns auch nicht auf diese Methode der Informationsverbreitung allein verlassen. Deshalb könnt ihr gerne bei mir anfragen. Ich kann euch diese Aufzeichnung auch als Video zur Verfügung stellen. Wenn ich die dann hochlade bei YouTube, ist es fein, aber man kann sie sich eben auch nach Hause bestellen. Wer das will, kann sich da bei mir schlau machen. Da gibt es die Links dazu oder schreibt mir einfach unter radio-at-wakiness.net. So, okay, ich habe auch schon einige Anfragen, werde ich auch noch darauf eingehen, aber im Moment mache ich Sendung, geht nicht anders. Okay, jetzt möchte ich noch eine andere Sache bringen, bevor wir dann ins Thema Vollends einsteigen und damit jetzt die Leute nochmal wissen, was heute das Thema ist. Die NWO, nur heiße Luft einer Hologrammatrix. Da gehen wir dann gleich drauf ein. Aber eine Sache, die ist noch wichtig, die ich heute mit reinnehmen möchte, nämlich eine Sache auch in eigenem Interesse. Ihr wisst ja, ich wurde hier heimgesucht von Staatsorganen der Schweiz, die auf Veranlassungen von BRD-Behörden handelten. Aus meiner Sicht recht unrechtmäßig, also nicht rechtmäßig. Deswegen habe ich jetzt auch verschiedene Rechtsstreitigkeiten hier in der Schweiz zunächst mal. Aber um parallel eben auch nochmal den Behörden in der BRD auf dem Zahn zu fühlen, hatte ich also diese angeschrieben und aufgefordert, mir ihre Amtsgewalt nachzuweisen. So, und wie das abgelaufen ist, habe ich veröffentlicht, hier auch bei mir auf dem Blog my weakness more purpose.com. Und damit das alle jetzt hier auch nochmal mitkriegen, die es noch nicht gehört haben sollten, da gebe ich euch das jetzt eben hier nochmal rein, was ich dazu bereits gesagt habe. Also, bitteschön, alle zuhören. Bin dann gleich wieder zurück. Hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Ich habe hier eine Sondermitteilung, eine Veröffentlichung auf meinem Blog mywakenews.wordpress.com, das ich euch hier gerne auf Video präsentieren möchte. Da heißt es auf meinem Blog mywakenews.wordpress.com Keine Amtsgewalt. Gerichte und Staatsanwaltschaft in Lörrach, Freiburg bringen keinen Nachweis. Es heißt dort, jetzt ist alles klar. Nach mehreren expliziten fallbezogenen schriftlichen Anfragen an das Amtsgericht Lörrach, das Landgericht Freiburg sowie die Staatsanwaltschaft Lörrach, Schrägstrich Freiburg, ließen diese die gesetzte Antwortfrist von 21 Tagen nach internationaler Fristenregelung verstreichen, ohne zu antworten, geschweige denn nachweisen zu können, dass diese Amtsgewalt über mich als natürliche Person und biologischer Mensch haben. Schon häufiger wurde berichtet, dass die angeblichen Amtspersonen in der BRD sowie Polizei, Staatsanwälte, Richter, Gerichtsvollzieher und andere überhaupt gar keine Amtsausweise haben, sondern allenfalls sogenannte Dienstausweise, die aber ihre amtliche Funktion nicht nachweisen können. Die BRD schwimmt geradezu in einem Meer von Dienstausweisen privater, firmeninterner, ausbildungsrelevanter, in Anführungszeichen behördlicher Aussteller. Haben die jetzt alle Amtsgewalt? Ja, kann man sich fragen. Ist irgendjemand überrascht? Man kann sich also die Abbildung anschauen von einigen diversen solcher Amtsausweise aus der BRD in der Veröffentlichung auf meinem Blog mywakenews.wordpress.com Ja, und da heißt es, nun, damit handeln diese, sollten sie Amtshandlungen mir gegenüber vornehmen wollen, rechtswidrig. So sagt es mein US-amerikanischer Rechtsberater und bezeichnete eine solche Handlungsweise dann sogar als terroristischen Akt, der in den USA, gegebenenfalls über die USA, vielleicht sogar entsprechend strafrechtlich verfolgt werden könnte. Hier finden sich die Kopien meines Schreibens an das Amtsgericht Lörrach sowie die Staatsanwaltschaft Freiburg Zweig. Ich stelle Lörrach mit Absende belegen zum Nachweis ihrer Amtsgewalt über mich vom 9.7.2012 in Auszügen. Aus Datenschutzgründen sind teilweise persönliche Daten unkenntlich gemacht worden. Zum Vergrößern bitte immer dann im Artikel auf die Abbildung klicken. Ja, und da heißt es, und ich verlese den Inhalt dieses Schreibens per Einschreiben und Fax an Staatsanwaltschaft Freiburg Zweigstelle Lörrach und Amtsgericht Lörrach Ihre Pressezensur Durchsuchungen bei freien Journalisten Beschlagnahmung von Sendeanlagen Computern, Kameras, Audioaufnahmen, Handys, Datenträgern, Ihr Aktenzeichen, so und so Aufforderung zum Nachweis Ihrer amtlichen Zuständigkeit und Amtsgewalt. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund Ihres Wirkens und in Ihrem Auftrag in Klammern Rechtshilfegesuch haben schweizerische Sicherheitskräfte am 22.05.2012 eine Hausdurchsuchung und Beschlagnahmung von Gegenständen in meiner Basler Wohnung vorgenommen, die dazu geführt haben, dass ich unter anderem seitdem meinen Beruf nicht mehr ausüben kann und erhebliche materielle und immaterielle Schäden erleiden musste und muss. Unabhängig davon, ob dies seitens der schweizerischen Behörden ein rechtmäßiger und verhältnismäßiger Einsatz gewesen ist, er war es nicht, weswegen ja hier in der Schweiz durch mich bereits diverse rechtliche Schritte unternommen wurden und werden, wende ich mich nunmehr an Sie direkt beziehungsweise Ihre Institutionen, um Sie aufzufordern, mir die Quellen Ihrer gesetzlichen amtlichen Zuständigkeit und Amtsgewalt in Klammern gegebenenfalls Kopien der SMAT Schrägstrich alliierte Kontrollratsbefehle oder ähnliches Klammer zu über mich als natürliche Person gemäß BGB Paragraf 1 und als unter staatlicher Selbstverwaltung gemäß UN-Resolution A-RES 56-83 Artikel 9 stehend in Klammern hinterlegt beim ISTGH den Botschaften der alliierten Siegermächte China, Frankreich, Großbritannien, Russland, USA sowie bei der UNO sowie allen respektiven Stellen und Institutionen der BRD zu erläutern und nachzuweisen Gemäß internationalem Fristenabkommen erwarte ich Ihre substantiierte und ausführlich begründete schriftliche Antwort innerhalb 21 Tagen ab Telefax Eingangsdatum mit freundlichen Größen Ja und wie gesagt Telefax Belege und Einreichungsbeleg für das Einschreiben sind dieser Abbildung beigefügt und demnach hätte spätestens am 1. 8. dieser Nachweis vorliegen müssen seitens der Behörden und das ist nicht der Fall gewesen Sie haben nicht geantwortet Ja so geht es weiter in dem Artikel dieses Schreiben an das Amtsgericht Lörrach und die Staatsanwaltschaft Freiburg blieb unbeantwortet und somit ließen sie die gesetzte Frist von 21 Tagen ungenutzt verstreichen was dazu in der Schlussverlögerung führt dass das Amtsgericht Lörrach und die Staatsanwaltschaft Freiburg keinerlei Amtsgewalt über mich ausüben und somit die ganze Aktion gegen mich illegal war beziehungsweise ist auch in weiteren privaten Rechtsangelegenheiten in Bezug auf das Amtsgericht Lörrach und das Landgericht Freiburg wurden von mir die Fragen nach der jeweiligen Amtsgewalt schriftlich gestellt die gesetzten Fristen von 21 Tagen nach internationaler Fristenregelung wurden wiederum jeweils versäumt es kam nichts seitdem sende ich die jeweiligen übrigens von privaten Brief Zustellungsfirmen zugestellten schreiben immer mit dem Vermerk zurück zurück an Absender bitte keine Werbung mehr und in meinem Artikel finden sich ein paar Auszüge meiner Schreiben an die jeweiligen Gerüchte auch hier aus Datenschutzgründen teilweise persönliche Daten unkenntlich gemacht und zum Vergrößern jeweils anzuklicken und bitte berücksichtigen dass alle privaten schreiben von mir einem Copyright unterliegen Verwendung hier nur auf Anfrage jeder sollte einmal genau das tun und diese Amtsgewalt schriftlich per Fax oder einschreiben mit entsprechenden Beleg von seinem jeweiligen Behörden Anfragen wenn nicht in gegebener Frist geantwortet wird mit detaillierten und aussagekräftigen Begründungen dann haben diese Behörden keine Amtsgewalt selbstverständlich haben wir bereits in vielen Sendungen klargestellt dass ohne dies die Bundesrepublik Deutschland kein souveräner Staat ist es gibt auch keine Staatsangehörigkeit Bundesrepublik Deutschland Deutsch ist ebenso keine Staatsangehörigkeit die BRD oder Bundesrepublik Deutschland existiert natürlich und fungiert als eine Art NGO Nicht Regierungsorganisation als geduldete Verwaltungsorganisation eines Teils des noch immer von den alliierten kontrollierten besetzten Gebietes von Deutschland man sei sich bewusst deutsches Reich ist ein völkerrechtlich benutzter Begriff für den immer noch existenten Staat Deutschland Es gibt keinen Friedensvertrag das lässt sich eindeutig beweisen auch Professor Schachtschneider gibt das in seinem Interview vom 12. Oktober 2012 bei Nuoviso TV zu Die UN Feindstaaten Klausel ist immer noch aktuell wurde nicht geändert nie ein Antrag auf Löschung gestellt Die inzwischen bekannten Details zur Rechtslage des immer noch existenten deutschen Reiches sind auch inzwischen offenkundig auch wenn in Einzelheiten dort noch unterschiedliche Ansichten vertreten werden Nachdem auch das Bundesverfassungsgericht der BRD mit seinem Urteil vom 25. 7. 2012 zum Bundeswahlgesetz der BRD klar erneut urteilte es tat er schon im Jahre 2008 dass dieses ungültig sei und die Regierung nicht konstitutionell ist Spätestens hier musste jedem auch Nicht-Juristen klar sein dass alle Amtsgeschäfte Regierungsakte Gesetze Verordnungen Verträge etc. die von nicht konstitutionellen Regierungen abgeschlossen oder verabschiedet wurden ebenso allesamt damit ungültig sein dürften Einige Rechtsanwerte in der BRD verweisen darauf dass es wahrscheinlich so ist dass sämtliche Regierungen seit 1956 nicht konstitutionell tätig seien Auch das Ausland ist davon betroffen Zunächst täuschte und täuscht die BRD vor ein souveräner Staat zu sein was bewiesenermaßen unrichtig ist Gleichzeitig sind alle Abkommen und Verträge auch nichtig da sie nicht nur von einer NGO mit dem jeweiligen souveränen Staat abgeschlossen wurden sondern auch die Geschäftsführung dieser NGO genannt Regierung ist ja nicht einmal rechtmäßig also nicht konstitutionell tätig also spätestens nach Veröffentlichung dieses Artikels ist dieses alles offen und kundig aber wir werden diesen Inhalt zusätzlich als Presseveröffentlichung nachträglich an alle wesentlichen europäischen Länder die Schweiz die UN sowie die Alliierten verteilen damit so auch offiziell nicht nur die jeweiligen Geheimdienste eine veröffentlichte Information an ihre jeweiligen Regierungen weiterleiten können es wird um Weiterverbreitung dieser Information gebeten im Artikel befinden sich die jeweiligen Links zu den wesentlichen Inhalten ja und das war der Detlef von Wake News Radio Wake News TV immer Dienstags und Donnerstags von 16 bis 18 Uhr live ja und es ist der Detlef zurück hier live das habe ich jetzt hier mal eingespielt weil das hatte ich schon aufgenommen für ein Video was ich veröffentlicht habe und ja ich würde sagen das fasst doch nicht die Sachen so ein bisschen zusammen weil wir versuchen ja so ein bisschen der Sache fundiert und soweit es geht rechtlich abgesichert auf den Grund zu gehen und dazu muss man wirklich alles ausschöpfen und eben wie gesagt diese Anfrage an Behörden übrigens das ist eine Sache die braucht man nicht nur in der BRD machen man kann das auch in anderen Ländern in anderen Nationen tun denn ich habe auch da schon Informationen aus den USA dass das ja ähnlich ist denken wir nur mal da dran dass es ja weltweit so ist dass es in den Gerichten gar nicht mehr nach dem sogenannten Common Law geurteilt wird also nach dem allgemeinen Recht dem Menschen basierten Recht sondern nach dem Admiralty Law das ist also die nach Seerecht wenn man so will und das ist in den USA gar nicht anders und dazu kommt dann noch dass in 1871 in den USA ja also eigentlich die ganze Geschichte kommerzialisiert wurde da wurde ein 10-Meilen-Distrikt gegründet hier in Washington DC man hat das als eine Corporation umgewandelt oder als Corporation dann dort ja eingetragen festgelegt für die Corporation eigene Verfassung gemacht und alle Regierungsapparate sind dort untergebracht und regieren von dort aus bis heute die gesamten Vereinigten Staaten von Amerika und die Bürger kriegen es nicht mit die wissen es nicht aber gut das ist noch ein separates Thema da will ich jetzt auch nicht zu sehr mehr heute eingehen das machen wir sicher nochmal ein anderes Mal ja und wie gesagt ich nehme immer die Informationen raus aus den ganzen Veröffentlichungen weil hier kommt auch das Thema Professor Schacht Schneider ich nehme das raus was er sagt oder was er bekannt gibt was für unsere Argumentation nützlich ist oder zu gebrauchen ist denn natürlich hat jeder auch seine eigenen Ansichten die darf auch vertreten es kann auch jemand sich in der BRD wohlfühlen aber ich glaube nicht mal dass der Professor Schacht das mehr tut weil er sagt ja ganz klar unabhängig davon was seine Ansichten zu der Rechtssituation im Deutschen Reich und so sind dass er sich da auch nicht mehr wohlfühlt und dann nicht sagt es ist eigentlich schon der Ausnahmezustand hier erreicht aber da will ich auch jetzt nicht mehr drauf eingehen ok ich wollte das einspielen weil das wichtig ist dass das sehr viele Menschen mitkriegen und ich möchte das auch in meiner heutigen Videoveröffentlichung dann reinspielen damit wir es verteilen können mache dann dazu auch eben Videos die man sich bei mir bestellen kann wer das möchte ok jetzt haben wir uns heute vorgenommen über die NBO zu sprechen das tun wir eigentlich fast in jeder Sendung das Thema heißt nur heiße Luft einer Hologrammatrix was damit auf sich hat kommen wir gleich noch zu bitte noch etwas Geduld ich habe aber noch hier einige Sachen die ich auch mit euch teilen möchte denn ich hatte Kontakt auch zu dem Herrn Ralf Böse oder Bois Böse heißt er eigentlich der hat also die Bürgerinitiative Grundeinkommen.de gegründet seinerzeit ist ein Vorkämpfer der ja des Grundeinkommens auf der einen Seite und natürlich auch vehementer ja Kritiker der Hartz-IV Situation der BRD und der hat jetzt eine Veröffentlichung gemacht ich habe ihn übrigens auch eingeladen zu mir in der Sendung und der sagte ein paar Wochen dauert es noch weil er ist sehr beschäftigt im Moment aber es wäre natürlich schön wenn wir ihn auch mal hier bei uns in die Sendung kriegen der hat also einen Brief veröffentlicht am 26.10.2012 den ich kurz verlesen möchte liebe Freundinnen und Freunde es ist soweit nachdem ich das Hartz-IV-System durch den Brandbrief und wer das nicht kennt kann sich das noch mal anhören oder sich besorgen durch den Brandbrief herausgefordert habe und die herausgeforderten lange versucht haben mich zu ignorieren werde ich jetzt sehr scharf sanktioniert vorerst zwar nur 90% Abzug vom absoluten Lebensminimum das heißt noch immer 37,40 Euro statt 374 Euro monatlich zum Leben es ist allerdings so dass die Sanktionierung noch gesteigert werden kann denn eine Sanktion von 100% mit zusätzlichem Verlust von Krankenkassen und Wohnungen ist ja noch möglich was ist hier zu tun natürlich werde ich die juristischen Mittel nutzen die mir jetzt geboten sind so heißt es dort weiter und hoffe dass ich hierzu die nötigen Unterstützung erhalten werde aber ich werde ab dem 1. November Beginn der 90% Sanktion auch hungern denn eindrücklicher kann man die Menschen Unwürdigkeit des Sanktionssystems in Hartz IV nicht zur Anschauung bringen dabei handelt es sich nicht um einen Hungerstreik sondern um das einfache Darleben der Tatsache dass ich sanktioniert werde weil ich den Verfassungsbruch in Hartz IV nicht anerkenne siehe den Brandbrief und infolge dieser Nicht-Anerkenntnis ein Lebenskonzept verfolge welches unserem Staat zur Zeit noch nicht gefällt dass ich da sanktioniert werde in dem Ausmaß welches im Hartz IV System für jeden der sich nicht bedingungslos unterwirft sei es auch aus anderen nicht politischen Gründen kühl vorgesehen in menschlicher Hinsicht aber absolut unwürdig und lebensbedrohlich ist Gefängnis ist meines Erachtens würdiger durchzustehen als Hunger gesellschaftliche Ausgrenzung Verlust der Krankenversicherung und weil die Beiträge später nachgefordert werden allein schon dadurch explodierender Schulden und Obdachlosigkeit mit letzteren ist aber jeder Hartz IV Bezieher von Anbeginn bedroht um deutlich zu machen dass nicht ich in den Hungerstreik trete sondern der Staat mich im Vollzug seiner völlig unzureichenden Ideen vom Wesen der Arbeit mit dem Entzug meiner Lebensgrundlagen bestraft haben Mitstreiter unsere Initiative für diesen Teil meiner Aktion das Wort Sanktionshungern sogar noch schärfer Zwangtionshungern erfunden Sanktionshungern trifft wie ich denke den Tatbestand recht gut das Bitten um vielleicht gnädig zur Verfügung gestellte Lebensmittel Gutscheine sie werden nur als Kannleistung und erst auf Antrag zur Verfügung gestellt ist zusätzlich entwürdigend das Einkaufen mit solchen Gutscheinen ist eine höchst gradige soziale Stigmatisation weswegen ich keinen Gebrauch davon machen werde zum Thema wie ich unterstützt werden kann wird euch sicher einiges einfallen und ich bin gespannt was da an Hilfe kommen wird zwei Dinge sind aber absolut verboten das erste ist die finanzielle Unterstützung meiner Person also vom Ralf Böse oder Böse B-O-E-S Schlimm ähm das ist also wichtig ne ähm dass er das nicht will dann würde das Jobcenter äh das würde das Jobcenter entlasten und die Kraft der Aktion zerstören auch Essen zu bringen ist untersagt das zweite sind Aufrufe gegen das Jobcenter oder Aufrufe zu Unruhe oder Gewalt ich schreibe das weil es in Hartz IV inzwischen so große Verzweiflung so sehr viele Verzweifelte gibt ist also verboten ja bitte das meint er und das halte ich auch für richtig das Monopol auf Gewalt hat einzig der Staat im Moment wir würden die Tore zu Zuständen öffnen die sich von uns niemand wünschen kann wenn wir das missachten würden das sehe ich eigentlich auch so ja wir bekämpfen nicht Menschen sondern ein Gesetz das dürfen wir nie vergessen und in meinem Fall so sagte Ralf Böss waren die Mitarbeiter des Jobcenters immer bestens um mein Wohl bemüht sie können jetzt nicht anders selbst wenn sie wollten weil ein unmenschliches Gesetz sie zwängt das ist seine Ansicht ja so schreibt er so weit zu dem was nicht geht doch wie könnt ihr mir helfen liebe Freundinnen und Freunde natürlich dürft ihr auch spenden denn natürlich brauchen wir auch Geld und zwar sogar in Massen aber nicht für meine Person um deren Wohlergehen soll sich gefälligst das Jobcenter kümmern sondern für die Sache wir brauchen Geld für Anwälte am besten für ein ganzes Team die mit Lust und Kompetenz die Klagen durch alle Gerichte bringen und wir brauchen Geld für weitere Aktionen sowohl der Brandbrief als auch der Film Hartz IV ziviler Ungehorsam sollten jetzt massenhaft Verbreitungen finden Anmerkung von mir ich werde dann nachher auch die Links dazu packen bei mir in der Veröffentlichung der heutigen Sendung dann Veranstaltungen über die Grundrechte die Verfassung die verfassungswidrig gerade abgeschafft werden soll die gegenwärtigen Problemlagen in Politik und Gesellschaft dazu gehört natürlich auch Hartz IV und über die möglichen einfachen und wirkungsvollen Lösungen sollten verstärkt möglich sein die Mitglieder unserer Bürgerinitiative müssen im Sinne des Geistes der Aktionen handlungsfähig sein auch wenn meine Kräfte schwinden vielleicht brauchen wir vorübergehend ein Aktionsbüro viele Ideen werden sich entwickeln ein paar Wochen Zeit haben wir noch und ich hoffe dass wir sie gut nutzen werden für die nächsten Tage ist schon folgendes geplant und so weiter da gibt es also noch ein paar Themen ich will das auch nicht alles weiter vorlesen ich werde diesen Brief also als Anlage da hineinbringen wer dort mitmachen will und sich melden will auch als und wenn er nicht nur spendet sondern einfach nur mitmacht und auch die Informationen verbreitet kann uns das allen nur helfen denn wir müssen uns jetzt alle zusammen finden egal welche Ansichten wir auch sonst so vertreten wir müssen solidarisch sein und wir müssen jetzt alle zusammen gegen Ungerechtigkeiten vorgehen und das finde ich richtig und deshalb freue ich mich wenn der Ralf Bös vielleicht so in 14 Tagen oder so Zeit hat uns auch mal seinen Eindruck von der Situation hier mitteilen zu können ich werde euch dann auf dem Laufenden halten da das vielleicht noch dazu weil das ist auch ganz wichtig weil wir uns jetzt in einem ja in einer Art Auseinandersetzung finden mit denen die uns verknechten und versklaven wollen und den Menschen denen täglich mehr klar wird dass es hier um Verknechtung und Versklavung geht das sind natürlich in erster Linie die Betroffenen aber natürlich auch die anderen Menschen die sehen hoppla das geht in ein komplett falsches Fahrwasser wenn wir das gestatten und so laufen lassen dann werden wir alle darunter leiden müssen und ich denke das ist wichtig dass das rumgeht diese Information so und dann habe ich hier so einige Informationen die ich auch noch schnell verlesen möchte von Leuten die mir hier zugeschrieben haben unter radioadwitness.net könnt ihr das während der ganzen Sendung gerne noch machen und natürlich auf dem Blog könnt ihr auch was posten keine Frage gell ja ähm da haben wir hier beispielsweise folgendes hallo Detlef und da wird hier schon in das nächste Thema hinein äh gesprochen nämlich der gewaltige Sturm Sandy an der Ostküste der USA ist meiner Meinung nach ganz klar eine Manipulation durch die US eigene Waffe Harp in Alaska was dem amtierenden Präsident Obama offenbar die Gelegenheit gibt sich anschließend als Held zu beweisen und nebenbei den Katastrophenschutz und die Firmaorganisation zu testen sogar das UNO-Gebäude wurde evakuiert was eine tolle Gelegenheit bot alles unbemerkt Verwanzen zu verwanzen und nebenbei die anstehenden Präsidentschaftswahlen manipulieren zu können wie krank sind die eigentlich diese Weltelite die nennen die übrigens Dimms die dominante irrsinnige Minorität wisst ihr dann habe ich noch was anderes hier hallo Detlef aus verlässlicherer Quelle haben wir heute früh erfahren dass es ab 2013 neue Geldscheine geben wird in Bezug auf die EU oder BRD mein Mann hat ja beruflich auch mit Geldscheinakzeptoren zu tun die zum Beispiel Zigarettenautomaten oder Spielgeräten verarbeitet werden und ich erhielt eine entsprechende Mitteilung längst wurde ja gemunkelt dass man die Druckmaschinen angeworfen habe und einfach neue Scheine drucke jetzt ist es wohlamtlich es sollen zunächst die 5 Euro Scheine ausgetauscht werden dann geht es weiter angeblich seien die neuen Scheine noch fälschungssicherer da stellt sich mir die Frage ob man sich vielleicht mit einem Nanochip versehen hat um diese erhöhte fälschungssicherheit zu gewährleisten Fakt ist dass die Umstellung uns mal wieder eine riesen Summe Geldes kosten wird mag sein dass man auch so nebenbei feststellen wird wie viel Geld die Bevölkerung tatsächlich zu Hause hortet sicherlich wird es da auch bald eine Frist geben in der dieser Mann seine Schäfchen umgetauscht haben sollte denn den schwarzen Schäfchen in der Herde könnte es unmöglich gemacht werden Euros der gleichen Farbe vor den Banken oder wem auch immer zu verstecken wenn die Umtauschaktionen über ein Konto zu erfolgen hätten aber es führt ja nicht jeder ein Konto schöne Größe ja danke das sind alles so die Dinge man will ja überhaupt am liebsten das Bargeld abschaffen das ist wahrscheinlich ein Schritt dahin wenn man ja ok guter Punkt also wie gesagt wer da noch mir irgendwas zuschicken will der kann das gerne tun unter radio oder kann das auch gerne hier bei mir im Chatraum posten kein Thema ja also wie gesagt ich will mich heute ja nicht über diese Themen die ich vorhin wiedergegeben habe die ich vorgelesen habe unterhalten aber ich wollte dass das einfach mal raus geht auch hier über mich über meinen Sender weil es wichtig ist dass wir uns damit beschäftigen und erkennen wie wichtig es ist dass wir uns alle jetzt zusammenschließen weil wenn wir nicht zusammen agieren als Menschen miteinander dann haben wir eben diese Chance nicht diesem ja Unrechtssystem ähm einen Riegel vorzusetzen oder es vielleicht sogar abschaffen zu können und wieder Recht und Ordnung und wieder ja menschliches Miteinander erleben zu können denn so sehe ich also ähm auch die Schilderung von Ralf Böse schätze aber es ist natürlich so dass jeder der Gesetze umsetzt nur des Gesetzes wegen nicht unbedingt ähm unschuldig ist sondern er macht dann möglicherweise dann auch genau wie das ja im den Nürnberger Prozessen seiner Zeit geurteilt wurde macht sich mitschuldig wenn diese Gesetze erkennbar gegen Menschenrechte in diesem Fall oder gegen Verfassung oder Grundgesetz in dem Fall verstoßen also wer da so zuhört oder wer das weiterträgt bitte das immer im Auge behalten äh vor allem auch die Mitarbeiter bei den Jobcentern überlegt euch genau was ihr tut ja ja hier kommt noch was wenn es neue Geldscheine geben soll dann wird nicht auf Bargeld umgestellt weil es damit äh mit neuen Scheinen keinen Sinn macht tja ich weiß nicht ähm weiß es ja auch nicht das sind nur so Informationen vielleicht fährt man mehr mehrgleisig ähm ja die sind ja vielleicht auch intern unsicher wie weit ihre Drangsalierungs und Tyrannen ähm tyrannischen Aktivitäten vielleicht auf so viel Widerstand stoßen dass sie es nicht umsetzen können müssen also nur mehrere Feuer im Eisen haben oder mehrere Eisen ha ha Feuer glaube ich heißt es okay ja äh damit sind wir jetzt am Thema ähm denn heute habe ich vor einige interessante Dinge mit euch zu teilen die natürlich auch wichtig sind weil sie international sind und uns alle angehen mit dem Thema die NWO nur heiße Luft einer Hologrammatrix und da habe ich einen Artikel veröffentlicht unter mywakenews.wordpress.com ähm und da heißt es angesichts der immer mehr erkennbaren Zusammenhänge zwischen den Unstimmigkeiten der Politik Wirtschaft Finanzen und dem Wohlergehen der am meisten Menschen sowie den stattfindenden Enthebelungen von Freiheit Gesetz Recht und Frieden stellen sich die Menschen Fragen über Fragen warum es so ist so sein muss und wer dafür die Verantwortung trägt während der noch amtierende Präsident in den letzten Zügen des US-Wahlkampfes seelenruhig der Abschlachtung seines Botschafters in Libyen am Bildschirm live zuseht ohne irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen diesen retten zu lassen hinterher zu einer Wahlkampf Urlaubsveranstaltung nach Las Vegas fliegt in Air Force One während die FEMA in einer Übung genannt Sandy sich bereits lange vor dem Monstersturm Sandy an der Ostküste der USA auf ein solches Szenario vorbereitet wir alle wissen dass die Mächtigen die Patente Wetter zu verändern um mit Wetter Krieg zu führen mittels Hub Technologie besitzen und schon den Hurricane Katrina in New Orleans damit erzeugt haben sollen fragt man sich was wir noch alles mit diesen Herrschaften erleben sollen gerade eben wurden Videoaufnahmen einer Explosion in New York ins Netz gestellt die ein deutliches Kraftwerk lahmlegten und daraufhin das Stromnetz dort abgeschaltet wurde wird das nun einer Explosion oder dem Sturm Sandy in die Schuhe geschoben den US Präsidentschaftskandidaten Rothschilds Obama Romney steckt jedenfalls die Angst in den Gliedern dass sie aufgedeckt werden als das was sie sind nämlich Marionetten die Umfragewerte sind alle nicht berauschend Obama ist dem Abschluss freigegeben Romney in Skandale verwickelt die elektronischen Wahlautomaten sind allesamt korrupt und manipuliert soll Frankenstorm Sandy für eine Verschiebung der US Präsidentschaftswahl und dem Ausrufen von Kriegsrecht oder wie es dort heißt Marshall Law Sorgen hilft da nur ein Befreiungsschlag via falsche Flagge Attentat schon wird gemunkelt Obama soll eventuell mittels Attentat beseitigt werden wird gar ein Kriegsakt oder Terroranschlag zum Ausrufen eines totalitären Systems genutzt werden und leben wir gar in einer von heißen Luft gefüllten Hologrammatrix und über das werden wir gleich in der zweiten Stunde intensiv diskutieren übrigens zu all den Punkten habe ich links auf meinem Blog veröffentlicht die natürlich noch viel mehr in die Tiefe gehen aber wir gehen natürlich nachher einige Sachen davon durch zum Beispiel zu Harp zu den Aktivitäten kurz vor dem Frankenstorm Sandy Frankenstorm das kommt von Frankenstein das haben die dann als Frankenstorm bezeichnet in den USA nur für diejenigen die das jetzt noch nicht so schnell umsetzen konnten dann gibt es natürlich auch das Video zu den Explosionen im Kraftwerk in New York Manhattan kann man dort sehen dazu die Propaganda Artikel wo dann gesagt wurde ach der Ausfall eben diese Stromnetze das war Sandy kann man auch lesen natürlich vieles auf Englisch das meiste ja und dann eben die Matrix Medien übertreffen sich mit Superstorm Sandy Nachrichten ignorieren den Skandal um die Ermordung des US-Botschafters in Libyen da gehen wir leider noch mal ein bisschen drauf ein was damit auf sich hat dann was noch für kleine Schweinereien da gemacht werden Obama akzeptiert Wahlkampf Spenden von Osama Bin Laden und dann eben noch das Teil von Informationen die ich mit euch kontrovers diskutieren möchte nämlich zum ganzen Thema wandelnde Hologramme und Mikrowellenwaffen Angriffe ja und das werden wir gleich in der zweiten Stunde machen und ihr könnt mir wie gesagt hier gerne die ganze Zeit auch noch gerne Infos zuschicken unter radio at weakness.net Fragen dazu oder Kommentare einige haben wir schon vorgelesen oder natürlich dann auch auf dem hier den Chatraum posten kein Thema ja und dann gehen wir jetzt mal in eine ganz kurze Erfrischungspause ja müssen wir den Kopf frei machen für all die Dinge die wir gleich diskutieren da wird es nämlich ordentlich rappeln im Gebelk deshalb hören wir jetzt etwas Neues was ich hier bei mir prämierenhaft einspielen werde nämlich von der Gruppe Deadwood Abschied oder Autumn wie es auch heißt danke auch dafür wir sehen uns zu Detlef vom Wake News Radio bis gleich wieder hochspannende zweite Stunde für alle die aufwachen wollen ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks der Luft und Kräfte hinter den Polissen dargestellt diskutiert und die Verschwörungspazie aufgedeckt jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für europäische Zeit hereinhören mehr unter wakenews.net die Verschwörungspazie die Verschwörungspazie die Verschwörungspazie Aussehen Will I Sonja He weeps Das Wort ist möglich He weeps He weeps He weeps Mein Erde, in der Boden, jetzt den Individuen stein Leben abschiehend, vor allem 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 Leben abschiehend. Leben abschiehend, vor allem Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 das liegt ja rund um Manhattan herum, also Long Island ist dann so ein bisschen die rausgestreckte Zunge da von Manhattan und da sind also Conny Island wer da schon mal war, das ist so ein Vergnügungszentrum, war unter Wasser. Okay dann habe ich nochmal recherchiert es wurde ja gesprochen davon in den Matrix Medien dort, dass das der größte Sturm überhaupt gewesen sein soll aber in Zeiten des Internets kann man alles schnell überprüfen, ob das stimmt oder nicht und da gab es noch einen Sturm, der war viel schlimmer der war 1937 irgendwann mit Windgeschwindigkeiten von über 170 Meilen pro Stunde oder so Okay, wen das interessiert der kann das auch selber herausfinden aber wichtig ist hier, dass man auch einen Link findet zum habstatus.com da kann man also ganz genau feststellen, übrigens auch für zukünftige Untersuchungen kann man sich den Link merken wo man nachschauen kann, was passiert mit HAARP ja also es ist relativ deutlich, dass hier manipuliert wurde vielleicht gab es wirklich Ausgangs oder Eingangs, je nachdem wie man sieht einen tropischen Sturm wie ja häufig in der Region der Karibik entsteht ja, wo heiße und kalte Luftschichten aufeinandertreffen das ist denkbar aber man hat ihn sicherlich bis nach oben an die Ostküste hochgetrieben um eben die Leute dort in Angst und Schrecken zu versetzen dort natürlich dann auch dafür gesorgt dass FEMA und Polizei und man konnte es sehen durch ein Live-Feed sogar Times Square New York in Manhattan wo da Polizei alles abgerührt hat obwohl nichts passiert und da gibt es eben diese Aufnahme der Explosion in einem der Kraftwerke in New York auf Manhattan dieser kleinen Insel wo eigentlich alles stattfindet was die Welt erschüttert in ihren Grundfesten die Börse zum Beispiel Wall Street und sonstige Geschichtchen und da wird zurecht gefragt na was da wohl gedacht war und ich hatte irgendwo einen Kommentar mal den muss ich raussuchen was da los ist da steht hier naja mit dem Wurbelsturm mit New York war auch nur wieder eine Ablenkung von irgendeinem Kram kannst glauben mit 120 Stunden Kilometer ist das noch keine große Sache Hauptsache man hat den Finanzdistrict zwangsevakuiert gehabt weiß der Geier warum der hat sich dann aber in nichts aufgelöst dieser Sturm wie man das auch hier dann live sehen konnte ja also das ist auch meine Einschätzung das war eine falsche Flackenaktion man hatte ja vorher schon die Übung gemacht mit dem zufälligerweise gleichen Namen wie der Sturm kennen wir das nicht und irgendwas soll da abgelenkt werden man spekulierte ja auch natürlich im Internet darauf soll eventuell der jetzt kurz bevorstehende Anfang November stattfindende US-Präsidentschafts-Wahlkampf verzögert werden rausgezögert werden weil ja Obama ist ja unglaublich im Stress im Moment und redete also offen auch in den quasi Matrix-Medien darüber ihn eventuell vom Thron zu stürzen und ihn vielleicht sogar vor Gericht zu stellen eben wegen dieser Angelegenheit da in Libyen da gehe ich gleich nochmal drauf ein jedenfalls in diesem einen Video ich erwähnte es schon kurz vor der Pause wird also das sind private Aufnahmen von Leuten die das also irgendwie die waren gerade am rechten Platz wollten wahrscheinlich den Sturm aufnehmen und da haben sie das eben mitgekriegt wie dort eine Explosion in einem Kraftwerk stattfand auf Manhattan und das hatte nichts aber auch wirklich gar nichts mit dem Sturm zu tun das kann man sehen weil die Zweige von irgendwelchen Bäumen die bewegen sich zwar so ein bisschen aber das kann es nicht gewesen sein sondern da hat es eine Explosion gegeben das heißt irgendjemand hat da gezündelt möglicherweise eben um dann nachher zu sagen ja das war der Sturm und wir mussten jetzt alles abschalten und dies und jenes vielleicht wollte man sein Kraftwerk sanieren Versicherungssumme reinholen keine Ahnung das wird jedenfalls noch eine gewisse Brisanz haben dieses Video davon gehe ich mal aus jedenfalls kann sich das jeder anschauen also danach nach dieser Explosion wurde also von einem dieser Energieanbieter dann das ganze Stromnetz abgeschaltet seitdem sitzen die Leutchen da wieder im Dunklen oder haben eben keinen Strom das kennen wir ja und dann wie gesagt die Matrix-Medien die darauf antworteten ja hier das war natürlich hier das war der Sturm der Supersturm Sandy und so das könnt ihr alles durchlesen das will ich nur so am Rande erwähnen ich habe es einfach als Link da hinein gepostet damit man das auch mal durchlesen kann um was es da geht und ganz wichtig eben ist irgendwas sollte diese Aktion mit diesem Sturm bewirken wie es auch eben jemand gepostet hatte bei mir als Anmerkungen und ihr könnt übrigens mir immer noch solche Anmerkungen oder welche auch immer oder Informationen oder Fragen zusenden unter Radio übrigens über Net gerne auch im Chat rum posten dass da möglicherweise eben einiges ja anderes ablief oder Dinge wovon man ablenken wollte denn die Massenmedien oder Matrixmedien wie ich es hier nenne berichteten ausschließlich von diesem Monstersturm ja und das Thema mit der Lübien Schweinerei war vom Tisch wobei das natürlich die viel größere also natürlich sind 16 Leute gestorben sind ist das natürlich nicht besonders toll und ist natürlich mitleidenswert und schlimm genug aber wir wissen ja dass das alles nur Ablenkungsmanöver sind von all den Grausamkeiten die sonst noch abliefen und inzwischen sind ganz viele Informationen herausgekommen was es da auf sich hatte mit dem Tod dieses US-Botschafters ihr erinnert euch an Libyen da ist jetzt inzwischen herausgekommen wie das abgelaufen ist ja es wurde auch berichtet von Augenzeugen und von Leuten die das also mitgekriegt haben auch im Weißen Haus wie es abgelaufen ist dass der Obama sich das live angeschaut hat wie dort dieses Zentrum wo er sich aufhielt übrigens war das nicht das Botschaftsgebäude sondern es war das hat sich inzwischen herausgestellt war das ein vom CIA gemietetes Anwesen gewesen wo sich der US-Botschafter den sie dann umgelegt haben mit einem türkischen Konsulats hochstehenden Konsulats Beamten getroffen hatte und da muss es um irgendwelche Waffengeschichten gegangen sein denn so stellte es sich heraus dass dieser US-Botschafter offenbar auch für den CIA tätig war und geheime Waffengeschäfte tätigte um dort diese aufständischen Gruppierungen im Gebiet dort ob das Libyen Syrien oder sonst wo ist mit Waffen der US-Amerikaner oder der US-Regierung eigentlich zu versorgen Stinger Raketen die also dorthin geliefert wurden an Al-Qaida das wissen ja alle Al-Qaida ist eine Untergruppierung vom CIA und da muss es also irgendwie entweder eine Auseinandersetzung gegeben haben oder unterschiedliche Ansichten jedenfalls interessanterweise fand ja diese Ermordung dieses US-Botschafts dann am 11. September 2012 statt also genau 11 Jahre nach dem 11. September 2001 merkwürdig naja jedenfalls hat also der Obama dem munter zugeschaut und konnte das also live beobachten weil die da direkte Live-Kamera Zusendung hatten Schaltung hatten und hat zugeschaut bis der also erledigt war und dann zack ab in seine Air Force One und dann nach Las Vegas ok also da wird noch eine ganze Menge rauskommen ein paar Links habe ich schon da reingestellt wer da noch tiefer einsteigen möchte in diese Problematik jedenfalls ist das also auch irgendwo eine ganz ganz wilde Geschichte und das kann vielleicht dem Obama jetzt auch seine Position kosten denn dafür vor allem die ermordeten Soldaten da die Familienmitglieder haben sich also da jetzt eingeschaltet und werden den verklagen und rauf und runter das geht macht das schon überall die ganz schön die Presse ja was da so alles abgelaufen ist ok wir wissen ja dass das irgendwie ganz merkwürdig alles läuft manchmal wir denken immer wir hätten den vollen Überblick aber jede jede Gedanken und Gehirnbindung die diese Irrsinnigen haben die irrsinnige Immunität können wir auch nicht nachvollziehen und da hat sich jetzt hier ein Medium nämlich WND drangemacht hat einen Artikel veröffentlicht dass Obama auch Wahlkampfspenden von Osama Bin Laden akzeptiert die haben nämlich folgendes gemacht die haben gespendet über ein pakistanisches Konto haben sie eine Überweisung gemacht an den Obama ans Wahlkampfteam und haben unterschrieben mit Osama Bin Laden und das wurde einfach akzeptiert also das ist schon eine heiße Kiste müsst ihr auch mal durchlesen also das ist völlig wurscht Geld stinkt nicht so nach dem Motto okay ja also ihr seht da ist mächtig was los und wir wissen nicht wie das jetzt hier ausgeht was da noch weiter kommt denn inzwischen wird ja aus allen Ecken gefeuert und der alternativen neuen Medien wird das alles schon als falsche Flaggenattentat tituliert was da hier mit Frankenstorm Sandy passiert ist also das wird schon für einige Aufruhr sorgen dort in den jeweiligen Etagen sodass man davon ausgehen kann dass die so leicht damit nicht durchkommen sie wachen ja auch wirklich jetzt wachen jeden Tag immer mehr Leutchen wieder auf um diese ganzen Terror Tyrannei und was weiß ich zu durchschauen ja das ist also ganz wichtig und hier kriegt die auch noch mal von jemandem ein Link hier hineingeschrieben hier dass nämlich bei der US-Wahl die jetzt ansteht natürlich damit gerechnet werden muss dass hier Merkwürdigkeiten vor sich gehen dass alle Wahlautomaten alles was elektronisch zu steuern ist natürlich alles korrupt ist manipulierbar ist wir wissen dass die Firmen die diese betreiben und so weiter in der Regel israelische Unternehmen sind ach was für ein Zufall okay kann man auch alles nachforschen ich meine ich mache jetzt nicht jeden Link da bei mir einen Artikel rein zu jedem einzelnen Punkt aber das kann man relativ schnell rausfinden einfach die Sache in die Suchmaschine eingeben und da hat hier zu Recht nochmal auf eine Veröffentlichung hingewiesen dass es nämlich eine Wahl Panne gab das US-Wahlergebnis wurde aus Versehen schon drei Wochen zu früh gesendet der Sender der siegte mit 43 Punkten Vorsprung der Obama wurde schon veröffentlicht hat wohl einer auf den falschen Knopf gedrückt ach das oh das müssen wir erst oh man ziehen wir wieder zurück und haben sie wieder zurückgezwungen irgendwie falsche Knopf gedrückt aber im Prinzip steht das Ergebnis schon fest aber natürlich jede Veröffentlichung diesbezüglich und alles was da rauskommt und so ist unangenehm und ja macht es den Dims etwas schwieriger ihre Pläne durchzusetzen aber die sollte man trotzdem nicht unterschätzen die haben immer noch irgendwelche Geschichten irgendwelche Asse im Ärmel so meinen sie zumindest und über einen dieser Asse im Ärmel möchte ich auch noch sprechen weil das ist eigentlich auch der Anlass des heutigen Titels gewesen zur heutigen Sendung aber wir haben natürlich so viele Sachen die wichtig sind dass wir die auch bitte immer mit reinnehmen nämlich ich habe da eine Serie von Videos entdeckt von auch einer Dame aus den USA die einen Videokanal besitzt und da viel viel veröffentlicht auch an eigenen Beiträgen die heißt Nein Nainia YouTube Kanal schreit sich 9 N-A-N-I-A und diese Dame die hat also eine Serie von Videos gemacht zu dem Thema Audio Spotlights das erkläre ich gleich und Microwave Weapons Mikrowellen Waffen und Audio Spotlights würde man übersetzen mit gezielten Hörattacken Was sie damit auf sich hat will ich jetzt kurz mit euch durchgehen Sie verweist eigentlich in ihrem Bericht auch auf eine Veröffentlichung die durch eine inzwischen verstorbene Frau Carla Turner gemacht wurde die eben diesen Begriff der Audio Spotlights in Umlauf brachte weil sie darüber berichtete dass es Menschen gibt die vermehrt Stimmen hören und zwar nicht nur irgendwelche fremde oder sonstige Stimmen aus dem All oder sonst was sondern ihr durchaus oder der Person durchaus bekannte Stimmen entweder sich selbst oder nahe Verwandte oder Freunde und sich dadurch also beeinflusst fühlten und möglicherweise dadurch auch eben Dinge machten die sie hinterher bereuten und diese Nein Nenia diese Frau die jetzt diese Videos die ich alle da in meinem Blog mywakness.wordpress.com zu dem Artikel auch hinein gepostet habe hat gesagt dass sie selbst einige Dinge erlebt hat die ihr merkwürdig vorkommen weil sie hat offenbar auch eine bewegte Vergangenheit obwohl sie noch relativ jung zu sein scheint weil sie schon in der Kindheit irgendwie das Gefühl hat dass sie seit der Zeit beobachtet und manipuliert wird und sie berichtet darüber dass ihr selbst aufgefallen ist dass ihr Stimmen zukommen dass sie beispielsweise auch in der Nacht beim Schlaf irgendwie es vorkommt dass sie manipuliert wird dass irgendetwas mit ihr geschieht dass sie Träume hat dass ihr Erlebnisse dort vorkommen dass sie sie erlebt tatsächlich erlebt die sie sich nicht erklären kann und vor allem natürlich dann in der Folge auch körperlich und seelisch geistig erschöpft ist und das fand ich ganz interessant weil sie schildert hier weil sie hat das recherchiert auch eben über die Carla Turner die das ausführlich wohl selbst auch recherchierte dass es die Technologie gibt Stimmen einzufangen diese auseinander zu nehmen und wieder neu zusammenzusetzen in Wörtern oder in einer Form die dann wieder einen anderen Sinn ergeben sodass man also mit Stimmen von Menschen neue Inhalte irgendwie weitergeben kann und diese gezielt eben auch an das Ohr oder in das Gehirn wie auch immer des jeweiligen Menschen lenken kann und man hat das Gefühl man höre Stimmen und jetzt ist das verrückte diese Stimmen sind nicht fremde Stimmen sondern sind in der Regel dann Stimmen die einem bekannt vollkommen entweder man spricht zu sich selbst man hört seine eigene Stimme so berichtet sie auch oder zum Beispiel von der Mutter oder von anderen Verwandten oder Freunden die man hat und das ist ihr mehrfach geschehen und diese Carla Turner wie gesagt berichtet auch davon von ganz vielen Menschen die ähnliches erlebt haben das heißt also es gibt offenbar eine Technologie die diesen ja dieser Kopierung die von den DIMS kontrolliert wird zur Verfügung steht was ja auch verständlich ist denn wenn man wir wissen alle dass Technologie möglich ist dass wir wahrscheinlich nur einen Bruchteil der Technologie überhaupt präsentiert bekommen die wahrscheinlich da ist denn vieles was heute als Hochtechnologie was weiß ich ob es iPhone ist oder sowas ist das sind alles längst sind Dinge die längst vorher da waren meistens für Militär entwickelt oder für den Gebrauch im Weltraum oder sonstigen Projekten von denen wir vielleicht noch nicht mal den blassesten Schimmer haben das heißt das was auf den Markt kommt ist in der Regel immer ein Nachprodukt oder ein kommerzialisiertes Produkt aus irgendeiner Forschung die eigentlich gedacht ist um den Machterhalt sicherzustellen und hier ist es genau mit dieser Technologie die kann man sich aber nur leisten und ich bitte schon spreche davon wirklich aus der Praxis und ihr könnt das nachvollziehen was den meisten auch so geht dass man eben einfach keine Kohle hat sich irgendwelche Technologie zu leisten was ich mir leisten kann sind herkömmliche Sachen und auch nur das was gerade absolut notwendig ich habe ja vorher in der ersten Stunde gesagt ich hätte auch gerne ein riesengroßes schönes Fernsehstudio mit so und so viel Leutchen die hier arbeiten mit toller Technik und Kameras und so allein so eine Kamera wenn man das die man auch für Satellitenübertragung also das was sie im Fernsehen benutzen brauchen könnte das fängt an bei 50.000 aufwärts so viel kostet ja und das kann sich natürlich einer wie ich oder wie ihr in der Regel nicht leisten und deshalb kann man sich sehr schnell vorstellen dass jemand der sehr viel Mittel verfügt der sie selber vielleicht sogar herausgibt die Mittel weil er das Monopol darauf besitzt natürlich sich jede und alles an Technik besorgen kann was man sich nur vorstellen kann unabhängig jetzt davon ja das Schuldgeldsystem heiße Luft und dies das ist nicht der Punkt aber es wird eben von den meisten ja benutzt und anerkannt auch wir sind leider davon immer noch abhängig das heißt es gibt die Technologie die man sich besorgen kann um zum Beispiel aus einem Gespräch wie ich jetzt hier mache im Radio oder auch vielleicht direkt durch Lesermikrofone diese Stimme aufzunehmen aufzuzeichnen und diese dann zu verwerten umzuarbeiten in einer neuen mit einem neuen Kontext zusammenzusetzen um damit irgendetwas Neues zu produzieren eine Aussage zu machen wenn also irgendeiner jetzt mal den Detlef nachts hört in einer ganz anderen Konstellation als das was ich normalerweise von mir gebe und deshalb bin ich ja froh dass ich das alles hier dokumentiere da kann man sagen also das habe ich nirgendwo öffentlich gesagt so hören sollte dann kann es vielleicht damit zu tun haben dass irgendwer versucht uns zu manipulieren und ich gehe da ja auch den Schritt das wisst ihr dass ich davon ausgehe dass es möglicherweise eben auch nicht nur Menschen sind mit denen wir es zu tun haben ja ich habe in dem Zusammenhang übrigens einen kleinen Seitenschritt jetzt gerade mir nochmal so einen ganz uralten Film angeschaut gestern was ich das Thema interessant fand und zwar The Stepford Women oder Wives ich weiß gar nicht mehr genau und Stepford ist einfach nur ein Name einer Stadt in den USA und um das kurz zu umreißen dort läuft alles perfekt die haben also so gut wie keine Kriminalität ja es gibt keine Scheidungen dort ja schon sehr bedenkenswert und so weiter und es gibt nur gute positive Berichte und da sind natürlich Leute angezogen davon und fahren dahin und kriegen auch tolle Jobangebote alle haben dort Arbeit kein Thema verdienen gut haben tolle Häuser und und dann gibt es eben einen sogenannten Männerclub ja wo die Männer Mitglieder sind und dieser Club hat sie eben in sich und alle Frauen die die dort sind also verheiratete Frauen Ehefrauen die sind alle merkwürdig ruhig kümmert sich nur um Haushalt Kinder was weiß ich Essen das Essen für den Mann und so die steht aus den 70ern der Film oder Anfang der 70er und haben also alle immer so mehr oder weniger so Kleidung an die die fast schon das letzte Jahrhundert gehört und ich will den Film hier nicht ganz erzählen damit nicht uninteressant ist für diejenigen die es sich auch nochmal anhören wollen jedenfalls ist es merkwürdig wie diese Menschen sich die Frauen sich benehmen und es kommen da eben ein paar Sachen raus und last not least ist es eben so dass diese Frauen umgedreht werden die werden manipuliert wenn die Hirn gewaschen um so zu sein wie sie sind um da den Bogen jetzt hier zu der Frage des Audio Spotlights zu bekommen ist es eben eine durchaus denkbare technische Möglichkeit dass man Menschen manipulieren und umdrehen kann in einer Art und Weise die uns ja futuristisch klingt viele die jetzt zuhören dass die sagen oh das kann ich mir nicht vorstellen sowas das nur im Film nur bei Hollywood aber die eben jetzt hier von Leuten eben auch berichtet werden was einem im täglichen Geschäft oder im täglichen Leben passieren kann das heißt die Möglichkeiten die technisch zur Verfügung stehen uns zu manipulieren sind ja unglaublich wir reden wir haben über Frequenzen häufiger gesprochen und Stimme und so hat ja auch mit Frequenzen zu tun also unsere Stimme zu verwenden um sie auch gegen uns einzusetzen ist durchaus also denkbar oder wenn man zum Beispiel irgendwie träumt irgendwie ein Verwandter hätte mit einem gesprochen ob es die Mutter Vater irgendwelche Verstorbenen oder wie sind oder waren kann das eben wirklich etwas sein was als Tonträger irgendwo bereits oder als Tondokument irgendwo gespeichert wurde aus irgendeinem Grund dann gegen einen verwendet wird oder für einen verwendet wird das kann jemand könnte man ja auch positiv sehen das ist also diese Diskussion die sie dort führt und es ist hoch spannend ihr zuzuhören okay muss das jetzt ein bisschen Englisch da das ist klar muss man dann irgendwie das auf Englisch mitkriegen aber was sie da eben so erzählt was sie für Beispiele bringt und ich will das natürlich nicht zu sehr detailliert jetzt hier bringen weil das würde die Sache sprengen jedenfalls hat sie eben berichtet sie von eigenen Erlebnissen die sie hat die sie zu irgendeiner Aktion verführt haben zum Beispiel hat sie auch die Stimme eines verflossenen Freundes oder so vernommen die sie dazu brachten diese Beziehung zu beenden stellen wir sich das mal vor dass so etwas möglich ist dass man sogar mit einer solchen Stimme so manipuliert werden könnte dass man gegen diese Person die man vermeintlich gehört hat dann etwas unternehmt das ist also ein Punkt der mir bemerkenswert erschien dass sie das so berichtete und natürlich kam sie auch da drauf weil sie auch andere Erlebnisse hatte diesbezüglich und zwar in Bezug auf Microwave Weapons das heißt Mikrowellen Waffen die sie vermeintlich selbst erlebt hat wie sie an ihr wirkten und da verhält es sich so dass sie gerade nachts häufig in einer ganz bestimmten Gegend in der sie lebte und sie lebte in Los Angeles hatte dort auch im Filmgeschäft zu tun oder die meisten dort die versuchen da irgendwie auch einen Job zu kriegen und hat so Statistenrollen und so gemacht im Film und irgendwelche Manuskripte mitgelesen also alle möglichen Sachen so in dieser Richtung so ein bisschen auch im künstlerischen Bereich hatte dort auch Freundschaften und so von so Halbstars mit denen sie zusammen war oder so hatte da so solche Erlebnisse und eben in Los Angeles war sie eben hatte sie eine Wohnung und da hatte sie etwas erlebt dass sie nämlich nachts häufig schwere Kopfschmerzen hatte Migräneanfälle hatte und dann auch ja ich hoffe jetzt hören auch viele jugendliche minderjährige Leutchen mal ein Momentchen weg wollte es nur so warnend sagen also alle die Ohren zu die unter 18 sind oder so müssen die meisten ihre Ohren zuklappen dass man nämlich also da dass sie also solche Träume hatte wo sie also Erregung verspürte dass man ihr Bilder auch einimpfte wo sie dann eben solche sexuellen Dinge erlebte mehr will ich jetzt auch nicht kann sich ja jeder ausmalen was das bedeutet sie schildert das in dem Video genau könnt ihr euch also gerne auch von ihr nochmal anhören und das fand sie also sehr merkwürdig weil das auch ihr Wohlbefinden natürlich störte weil sie es auch nicht wollte und dann hat sie so wirklich überlegt was sie machen kann und hat sich auch informiert darüber und dann begann sie eben zu sagen das halte ich nicht mehr länger durch ich möchte mich dagegen schützen und hat dann gelesen dass man sich vielleicht mit aluminium folie schützen kann davor dass irgendwie so wellen oder irgendwelche solche einflüsse auf einen einwirken hat verschiedene versuche gemacht hat einen karton mit so silber folie oder alufolie beklebt hat die über sich drüber gelegt im bett nachts als ich schlief das und da hatte sie fast alles abgedeckt bis auf die füße die füße guckten raus und dann hat sie eben in einer nacht erlebt dass die füße anfingen also wie verrückt weil das war die einzige körperteile die frei waren nicht bedeckt waren mit alufolie dass die also anfingen zu kribbeln und zu brennen und was weiß ich das könnt euch da im einzelnen anhören und da hat sie also dann geschildert dass sie noch weiter daran gefeilt hat an der Technik und sie hat auch ein Video dazu veröffentlicht was man tun kann sich schützen kann mit einfachen Mitteln und hat eben diese Feuerwehrdecken oder diese Kältedecken die auch mit Alufolie überzogen sind hat sie davon welche genommen hat da ihre ganzen Matratzen und was weiß ich und alles sie decken und so abgedeckt dass wirklich jedes Körperteil dann mit solch einer Alu Schutz Folie abgedeckt war und dann ging es gut dann hat sie dort in dieser Wohnung dann danach wieder einigermaßen schlafen können dann ist sie umgezogen weil die Leute in Amerika ziehen noch häufig rum obwohl wir auch inzwischen aber da eben noch mehr und als in dieser neuen Wohnung fing das dann gleich wieder an und da musste sich dann auch wieder was neues einfallen lassen also irgendwie verfolgte sie das und wie gesagt das muss ja nicht jeder davon betroffen sein aber wer eben solche Schlafstörungen hat oder solche Mikrowellen möglicherweise abbekommt weil das wird vielleicht noch sollte man mal nachforschen ob einem das vielleicht hilft wenn man Beschwerden hat ich habe ja auch hier in einem Umfeld eine Menge Beschwerden von sogar einer Verwandtschaft die klagen über gewaltige Kopfschmerzen und was weiß ich vielleicht ist das irgendwie so etwas dass bestimmte Personen diese Strahlung abkriegen ob bewusst oder unbewusst ob gezielt oder ungezielt sei dahingestellt oder vielleicht einige mehr empfindlich sind dafür als andere dass man möglicherweise da auch ja sich vielleicht schützen kann ein Versuch ist es wert wer darunter leidet ja und das ist nachzuvollziehen und ganz besonders interessant ist es weil über dieses Thema auch der Beeinflussung von außen zu sprechen was auch mit Hologramm oder Holographie zu tun hat nämlich Holographie oder holographische Technologie und ja da ist sie auch drauf eingestiegen nämlich hat sie ja hin und wieder da so Jobs in Hollywood und wenn da so Veranstaltungen sind dann brauchen die da manchmal so Statisten oder Leute die irgendwas machen und dann kriegt sie da auch manchmal so einen Job und da hatte sie jetzt vor kurzem einen wo auch die so Filmsternchen da rauf und runter liefen da so auf den Teppichen und da unter anderem war eben auch der Steven Spielberg dabei und den konnte sie also auch aus der Nähe betrachten und hat sie gesagt sowas hat sie noch nie gesehen wie der durch die Gegend gelaufen ist der schien nicht real zu sein als er an ihr vorbeiging dann hat sie gesehen dass seine Augen rollten das heißt also also wirklich wenn die Augen rollen da kann man normalerweise nicht normal laufen sondern dann ist man desorientiert oder wie auch immer jedenfalls aber der lief in einer Geschwindigkeit an ihr vorbei mit diesen rollenden Augen dass sie sagte das kann nicht wahr sein ich muss mich getäuscht haben hat auch andere befragt und so und die haben das aber alle nicht mitgekriegt ja möglicherweise jedenfalls schien es ihr so und sie schildert auch ein paar andere Erlebnisse die sie hatte zum Beispiel in Kinos in irgendwelchen Vorführungen oder in irgendwelchen Veranstaltungen wo sie auch da war in Los Angeles dass da so auch so Filmsternchen da auch teilweise mal daneben sitzen ja oder so Stars Popstars oder wer auch immer das ist da üblich dass die einem da so über den Weg laufen und da hat sie sich auch gewundert Mensch die sieht aber klasse aus das passt alles tolles Make-up Frauen achten da drauf noch mehr als die Männer vielleicht was die Details angeht oder und dann sagt sie habe ich mir die angeschaut das ist toll und dann schaut sie weg und schaut wieder hin das ist eine ganz andere Person mit einmal aufgedunsen mit einmal statt irgendwelcher hellbraunen kurzen Haare lange schwarze Haare aber selbe Gesichtszüge und nicht passendes Make-up und da kommt sie eben auf diese Spekulation oder diese Einsicht dass es sich vielleicht hier faktisch um gewisse ja holographisch erzeugte Wesen handeln könnte die eine Technologie verwenden wir wissen ja die Technologie gibt es das gibt es ja jetzt auch schon dass man so auf Veranstaltungen irgendwelche uralten verstorbenen Stars mit reinbringen kann die dann quasi auf der Bühne mit der Live-Band dann auch ins Mikrofon trellern und so weiter das gibt es alles oder und das das vielleicht einfach noch professioneller im täglichen Leben passiert dass wir Dinge oder auch Personen Menschen vermeintlich erleben die gar nicht die wirklichen Menschen sind sondern Hologramme von irgendwelchen Menschen die uns dort irgendwas vorspielen sollen und sie hatte da ein Erlebnis und dann kannte sie irgendwie ich sage das nur als Beispiel damit sie mit ihr wisst was ich meine sie hatte irgendeinen Freund der war da auch im Showbusiness tätig und der sagte ja er macht da so hin und wieder mit so einer so eine Tanzgruppe machte da so so Übungen oder so Training und da hing sie damit hin und guckte sich diese Veranstaltung an und tatsächlich der war da und es war so ein weißer ja mit rot-drötlichen Haaren und was weiß ich und sagte das ist aber ungelenk er war der einzige Mann da in dieser Gruppe und dann waren die Frauen die tanzten da und dann sagte schon gesagt oh also das Talent zum Tanzen hat er doch nicht so und dann mit einmal war er weg ja hat das nur ein Stück mitgetanzt und mit einmal kam eben so ein Latino Tänzer der klasse tanzen konnte und so weiter und so weiter und so weiter und er war nicht mehr in der Show und da hat sie hinterher mit diesen Frauen da von dieser Tanzgruppe gesprochen und hat gesagt Mensch ist doch klasse da habt ihr den ich weiß nicht wie der hieß Greg oder was auch immer der wie lange macht ihr das schon mit dem und so also so ein paar Sachen gefragt und die guckten sie nur an und sagten wie bitte kennen wir nicht meinst du unseren Latino Tänzer also die hatten den Greg oder diesen Weißen mit den rötlichen Haaren ja überhaupt gar nicht in der Gruppe drin gehabt die kannten den gar nicht und daraus schließt sie dass sie möglicherweise eben mit einem Hologramm zu tun hatte dass irgendeine Technik dafür sorgte dass ihr entweder etwas vorgespielt wurde oder sie etwas erlebt hat wie auch immer man das sagen kann sie weiß die Antwort auch nicht aber sie stellt die Frage gibt es eventuell wirklich Manipulation wir haben das schon häufiger gesehen es gibt auch ganze YouTube Kanäle die sich mit diesen Themen beschäftigen dass es sogenannte Doppelgänger gibt ja das also zum Beispiel ja diese gleich die ein und dieselbe Figur in verschiedene Rollen spielt oder wir denken an den Osama Bin Laden der häufiger wieder auftauchte natürlich immer ein bisschen anders aussah obwohl der schon glaube 2001 bevor überhaupt der 11. September stattgefunden hat ja eigentlich offiziell schon an Nieren oder sonstigen Versagen gestorben sein soll also gar nicht verantwortlich sein soll für den 11. September dass es vielleicht einfach ein Hologramm ist oder ein andere nennen es Doppelgänger die dort aktiv werden man kann sich auch fragen manchmal bei den Figuren die wir so erleben nicht auch ob das hier eine Merkel ist oder wer auch immer die irgendeinen Auftritt haben ob das was die da sagen wirklich das ist was sie denken ja weil es ja häufig überhaupt gar nicht menschlich klingt der auch noch nicht menschlich rüberkommt was von dort kommt und wenn die Technologie so toll ist dass man wirklich die Illusion hat dass es dort sich wirklich um einen Menschen handelt der einem der entgegentritt kann man die Frage schon stellen ob das denkbar ist ja und diese holographische Technologie ist also bekannt genauso wie das Audio Spotlighting dann auch das Microwave Weapons das heißt die Manipulation von außen die Frage ist natürlich ja wie man wie man eigentlich dass es sich erklären kann dass das Menschen so etwas mit anderen Menschen tun sie zum Beispiel mit Mikrowellen zu bestrahlen um irgendetwas in sie einzupflanzen sie entweder zu schädigen oder ihnen Träume zu vermitteln oder irgendein Wohlbefinden oder nicht Wohlbefinden zu verschaffen gleichzeitig mit Stimmen zu operieren Leute da an der Nase herumzuführen oder durch Hologramme also durch Erscheinungen Menschen in die Irre zu führen oder sie für ihre Zwecke zu verwenden um uns irgendwie in eine falsche Fährte zu locken und deswegen wählte ich das Thema für heute so die NBO ist das eigentlich ja nur heiße Luft in einer Hologrammatrix befinden wir uns in einer Matrix die uns hologrammäßig irgendetwas vorspielt ist es so dass die Instrumente der NBO der neuen Weltordnung eben dieser Idee dieser DIMS oder derjenigen die die DIMS steuern dass es uns alles nur vorgespielt wird denken wir mal da dran nehmen wir diesen Sprung das Geldsystem Schuldgeldsystem existiert nur aus heißer Luft existiert nur weil wir daran glauben und weil wir das verwenden nehmen wir das Fernsehen das Matrix Fernsehen das berieselt uns Tag ein Tag aus 24 Stunden am Tag mit irgendeinem Propagandamist häufig mit den Lügen mit irgendwelchen Frequenzen die uns beeinflussen auch das wissen wir sind die Figuren die wir als Politiker oder als ja gesellschaftsformende Persönlichkeiten bezeichnen gar nicht real sind das alles nur vorgespielte Hologramme von Wesen denen man was in den Mund legt und jetzt kommt die Verbindung eben mit diesem Audio Spotlighting mit dem Audio Law Technology die also die Möglichkeit hat Stimmen direkt zum Empfänger zu senden mit aufgenommenen Stimmen könnte es sein dass man die Stimmen von einer ich sag's mal Angela Merkel oder von einem Obama oder sonst wem manipuliert hat dass man die diesem Hologramm einhaucht wenn es denn da vor einem steht könnte das sein ich weiß das klingt jetzt ein bisschen futuristisch ein bisschen aus der Luft geholt aus der heißen Luft vielleicht aber wenn man so ein bisschen einsteigt in dieses Thema und noch mehr reingeht und reingräbt und noch mehr Informationen dort sammelt scheint einem fast nichts mehr unmöglich und ich und ich dachte dass ich auf dieses Thema zumindest mal so ansatzweise zu sprechen kommen wollte weil wir uns ja alle doch bitte wundern was da manchmal abgeht wie sich diese Menschen oder diese Personen überhaupt so verhalten können wie sie es tun oder also wenn man sich vorstellt dass man ganz viele Dinge hochtechnologisch manipulieren kann und ich denke wir wissen eben noch längst nicht alles wozu die in der Lage sind ich frage mich auch manchmal was das mit den Träumen nachts wirklich auf sich hat und ich verweise auch nochmal an diesen auf diesen Matrix Film der das ja ziemlich deutlich zum Ausdruck bringt dass also irgendwie andere Wesen von diesen Menschen die sich in dieser Matrix bewegen leben ernähren dass wir vielleicht auch nachts wenn wir träumen wo wir nicht wissen was läuft und die wenigsten wissen es was läuft in der Nacht dass das irgendetwas ist was unsere Energie abzapft oder was uns manipuliert ob im positiven oder negativen die Frage sich zu stellen ist auf jeden Fall gerechtfertigt und ich wollte das einfach nur einmal so in den Raum stellen dass man das vielleicht auch nochmal diskutieren kann ja aber ich will gerne auch nochmal auf den einen oder anderen Kommentar hier von euch eingehen weil ich denke alles andere kann man bei den Links bei diesen Videos sich anschauen und wen es interessiert da etwas vertiefen und man kann auch wieder gerne mal diskutieren wenn wir soweit sind ja hier kommt was hallo Detlef zu deiner letzten tollen Sendung es wird heiß bezüglich Offenbarungstext eines Users Schale ausgießen vierter Engel ich spekuliere die Schale ist etwas von der 3D erkannt werden kann also ist es eine für uns sichtbare Hülle oder Schale hast du nicht in den letzten 3 Sendungen ein Bild von dem Objekt Hülle ist sichtbar dass einen gebündelten Strahl in die Sonne schoss das mit der Kälte hat sich ja auch bei uns bewahrheitet von Samstag bis Montag war es hier armkalt ja mein Hinweis auch kann man jetzt feststellen dass die Plastikkisten wie von dir angesprochen nicht umsonst bestellt wurden Wettermanipulation Stichwort Sandy beste Grüße an dich und zu allen anderen ja danke hier kommt noch was PS solange nicht alle alles wissen kann es an Einzelner schon gar nicht als Ergänzung zu deiner gemachten Aussage in der letzten Sendung 27.11 ist das nicht etwa 7 plus 2 gleich 9 11 sieht aus wie eine 9 11 an die Dimps und Krabs wer glaubt etwas zu sein hört auf etwas zu werden ja danke für diesen Hinweis ja also wie gesagt können auch hier was reinschicken ich hab hier noch was hallo Detlef schon mal was von Genderismus gehört schon im Kindergarten werden hier Kinder ermutigt sexuelle Experimente zu verüben und umfassend über mögliche sexuelle Möglichkeiten aufgeklärt aus allen Richtungen wird Homosexualität propagiert mit dem Ziel natürlich Familienstrukturen zu zerstören und Geburtenraten zu senken zudem sollen natürliche Begriffe wie Vater und Mutter aus den behördlichen Dokumenten verschwinden wie schon in einigen europäischen Staaten ausgeübt was ja auch zu was auch sehr zu der These passt dass 90% der Erdbevölkerung nebenbei durch Vergiftung aller Art und gesellschaftlichen Repressalien vernichtet werden sollen wer das noch nicht weiß träumt noch und sollte schleunigst erwachen bevor es wirklich zu spät ist mach weiter so jawoll ach ja bis zum letzten Tropfen nicht Alkohol Blutstropfen solange wir das noch haben ok also das sind interessante Punkte herzlichen Dank dafür es ist ja ganz wichtig ich kann ja nicht euch sagen wie es ist sondern ich kann nur versuchen auf Dinge hinzuweisen die mir auffallen zur Wahrheitssuche auffordern und gewisse Dinge verbreiten mit euch zusammen damit wir viele viele andere Menschen ansprechen können aus irgendeinem dieses dieses Potpourri kann man sich etwas herausnehmen und es mit anderen diskutieren um vielleicht dann irgendetwas loszutreten sozusagen ja also das ist so ein bisschen meine Absicht hier mit der Sendung und das ist natürlich auch mein Wunsch und meine Bitte an euch mir da zu helfen dass wir das schaffen andere Menschen mit aufzuwecken weil das ganz wichtig ist ja ja und ich habe also hier noch einen Haufen von Sachen die könnte ich jetzt noch drei Stunden weitermachen aber letztendlich geht es mir ja darum mal so einen kleinen Finger in die Wunde zu legen um klar zu machen was alles so abläuft und so weiter und ja und da kommen also alle Dinge die wir auch schon in vergangenen Zeiten diskutiert haben irgendwie daraus hier zum Beispiel wisst du noch diesen Präsidenten da von Polen den haben sie gesagt der ist doch abgestürzt bis an der Maschine da gab es jetzt einen Hinweis war es doch ein Anschlag angeblich wurde Sprengstoff an abgestürzten Kaczynski Jet entdeckt okay in der Politik passiert nichts zufällig oder also das ist wirklich unglaublich ja und hier Ex-ZDF Chefredakteur das ist einer von den Matrix Medien der müsste es ja nicht wissen weiß es wahrscheinlich auch der schreibt hier Merkel soll Aufseher aus Sendern zurückziehen ich hatte überall ihre Aufpasser drin wie das üblich war bei der Stasi dass man alles unterwandert hat ist doch klar kennen wir ja also und so weiter ich könnte stundenlang dann auch weiter solche Dinge diskutieren mit euch aber ich denke das werden wir nicht schaffen heute auf jeden Fall nicht und wir werden also da am Ball bleiben und nächsten Monat bin ich dann natürlich wieder da gleich schon die Woche ist nämlich schon der nächste Monat am Donnerstag wisst ihr habe ich immer meine Sendung auch von 16 bis 18 Uhr live und hinterher wird er immer noch wiederholt das ist ganz wichtig für alle die jetzt vielleicht das erste Mal das hören ich wiederhole gleich die Sendung ja also ich weiß nicht was ihr davon denkt was ich da zum Letzt jetzt hier erwähnt habe mit den mit der Audio Laser Technologie die also direkt Stimmen zum Beispiel an Hologramme senden kann sodass das quasi aus dem Mund gesprochen scheint dann natürlich auch die Holographie Technologie überhaupt insgesamt die wahrscheinlich wesentlich ausgefeilter ist als das was uns so auf der normalen Bühne präsentiert wird auch da ist es natürlich schon relativ cool was man da sehen kann machen kann und natürlich mit den Mikrowellen Waffen auch das ist kein absolut neues Thema aber ich wollte es in diesem Zusammenhang nochmal schildern dass wir uns auch nochmal darüber klar werden dass wir unter ständigem Einfluss von irgendetwas stehen und heute gab es auch wieder einen schweren Chemtrail Angriff hier auf die Basler Region nur Streifen nur Streifen Kreuze und alles es ist unglaublich was da abgeht und in kürzester Zeit war alles vernebelt sozusagen und natürlich die Audio Spotlights nochmal die also ja auch dafür sorgen dass wir direkt Stimmen hören die uns in uns eindringen wo wir nicht wissen woher sie kommen manche sagen ja sie hätten Stimmen gehört da wird ja auch schon vermutet dass so Menschen auch beispielsweise angestiftet werden Terroraktionen oder Attentate oder was auch immer zu verüben ja früher nannte man das die sind vom Teufel besessen auch die Leutchen haben dann teilweise erzählt sie hätten Stimmen gehört also es gibt Technologie und wenn wir ein bisschen das zulassen in unserem Denken dass es möglicherweise auch noch andere Wesen gibt die wir nicht so sehen können die sich vielleicht in anderen Dimensionen aufhalten können die auch Einfluss auf uns haben auch vielleicht die DIMS beherrschen die dominante irrsinnige Minorität die also über eine solche Technologie verfügen dann ja wundert uns sicher nichts mehr also das ist eine Sache die ich auch nochmal zu bedenken gebe denn viele sind in dieser Situation dass sie sich belästigt fühlen dass sie Schmerzen erleiden dass sie Dinge erleben die ihnen nicht klar sind weshalb und wieso ja hier kommt noch was rein irgendwann mal in der nächsten Zeit habe ich gehört schreibt hier jemand und gelesen es gibt es ein Bluebeam Projekt fallt nicht drauf rein es ist nur eine globale Täuschung lasst euch nicht verwirren es soll euch verblenden glaubt nicht was ihr am Himmel sehen werdet Gruß Wully Pulli Wully Pulle da gibt es nochmal so einen Song fand ich auch gut so danke hier da kommt noch was das bestätigt das was ich gerade sagte aber ich wusste es doch dass da was nicht gestimmt hat starb Lech Kaczynski durch einen Anschlag da wurde auch eine Veröffentlichung dazu hier gemacht genau da kann also jeder nochmal nachforschen was es damit auf sich hat ich fand es klasse dass ihr hier bei mir wart und ich spiele gleich die Wiederholung ein ich spiele jetzt noch ein Liedchen hier von Radiant Rowland Soul is I zum Schluss und danach ein bisschen Musik zwischendrin nämlich mit Neil Fox F Pünktchen Pünktchen Car The Fat das ist ein netter Song kennt ihr ja und dann spiele ich die Wiederholung ein klasse super bis nächsten Monat hier ist der Detlef vom Wake News Radio bis dann Sorry für alle die aufwachen wollen ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks der dunklen Kräfte hinter den Polissen dargestellt diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt jeden Dienstag kann dann von 16 bis 18 Uhr in europäischer Zeit hereinhören mehr unter wkws.net Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020